Warum hat denn die Bar heute zu? Nur die Barfrauen haben das begossen, was man ihnen nicht verdenken kann. Dann kam die Polizei und wollte Spuren sehen. Da war die Leiche fort, als wäre nichts geschehen. Des Rätsels Lösung war gar nicht so sonderbar. Es war die Chefin der Bar, die scharf auf den Pianisten war. Gegen Renovierung heut geschlossen, schrieb der Pianist dann aus der Schweiz. Ich habe ihr die schönste Zeit genossen. Mit der Chefin durchgebrannt, spiele ich hier im ganzen Land. Nur der Barbesitzer wusste das bereits. Na, Herr Wartmeister, das ist ja eine hübsche Bescherung. Meine Frau brennt mir durch und mich wollen Sie einwurfen. So was. Haben Sie überhaupt einen Untersuchungsbefehl? Dann aber doch nicht anfassen, Herr Wartmeister. Nehmen Sie mal die fälligste Fingerchen weg, ja? Die sind ja in einem Vornebenetablissement. Merken Sie sich das. Wegen Renovierung heut geschlossen, hieß es später bei der Polizei. Und die Zeitung schrieb so manche Glossen. Weil die Leiche keine war, kam die Kripo in Gefahr. Doch der Pianist war längst schon wieder frei. Das U agreement wird nahe.